Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Sally Face. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, wir spielen Sally Face und wir müssen herausfinden, was hier eigentlich passiert ist. Ich schaue mich ein wenig umher noch, hier im Gebäude. Mein Vater und ich sind hierher gezogen. Hm, sieht so aus, als ob niemand zu Hause wäre. Ja, hier sind irgendwie ganz viele Leute nicht zu Hause. Wir haben eine Hausmeisterin getroffen, Lisa. Und Lisa hat einen Sohn im Keller, also die wohnen da im Keller, also beide. Und wir haben jetzt so eine Keycard bekommen, damit wir in den Keller können. Und irgendwas geht hier vor sich, also im fünften Stock. Niemand zu Hause. War auch ein komischer Typ, der auf einmal weg war. Charlie, ja, wer ist da? Hallo, ich bin neu hier. Ich wollte mich mal bei den Nachbarn vorstellen. Okay, komm rein. Oh Gott, was ist das? Hi, mein Name ist Saul. Ich bin hier heute mit meinem Vater eingezogen. Was ist denn mit deinem Gesicht los, mein Kind? Oh, ich weiß. Junge Teenager. Die neue Generation der Selbstdarstellung. Ich war auch mal jung, ich verstehe das. Solange du nicht in einer Gang bist. Du bist nicht in einer Gang, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Wunderbar, und ich bin Charlie. Wenn du meine Sachen nicht anrührst, werden wir uns blendend verstehen. Ich bin ein Sammler. Ich sammle viele Dinge. Ja, ich sehe es. Diese Dinge sind so etwas wie meine Familie. Also was du meiner Kollektion antust, tust du meiner Familie an. Verstanden? Ja, Sir, kein Problem. Ich werde ihm keine Schwierigkeiten bereiten. Gut zu wissen. Ja, das sind seine Sammlerstücke. Er hat hier irgendwie... Was ist das? My Little Pony, oder was ist das hier? Gott, wie schräg. Ich meine, diese Horrorfiguren, die gehen ja noch. Und diese... Die Schildkröte ist auch süß. Aber das da... Er hat My Little Ponies hier. Naja, gut. Und er hat eine kaputte Socke. Hat er noch irgendwas zu sagen? Also, ich verstehe schon. Ihr verschlägt es die Sprache beim Anblick dieser großartigen Sammlung. Ja? Keine Sorge. Immer wenn ich zu Hause bin, kannst du vorbeischauen und sie dir wieder ansehen. Liebst du hier alleine? Alleine? Schau dich doch um. Ich bin in bester Gesellschaft. Äh... Naja, es ist nett, zur Abwechslung mal Besuch zu haben. Denke ich. Sieht nett hier aus. Mein kleines Stückchen Himmel. Nur ich und meine Sachen. Okay. Bin gleich zurück. Gut, das ist Charley. Haben wir schon mal einen weiteren Nachbarn gefunden. Die anderen sind irgendwie alle nicht da. Dann gehen wir noch mal in die Eins. Niemand zu Hause. Da ist jemand. Mrs. Gibson. Ja, was willst du? Ist es nicht ein bisschen zu früh für Halloween? Oh Mann. Ich mein... Äh... Blöde, nichtsnutzige Kinder. Mr. Edison. Großer Gott. Was für ein fürchterliches... Er, verzeihen Sie nochmal von vorne, bitte. Guten Tag, junger Mann. Neuer Bewohner des Edison Apartments Zimmer 402. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, das ist Mr. Edison. Dem gehören ja die Apartments anscheinend. Woher weißt du, wer ich bin? Mein Herr, ich weiß über alles Bescheid, das sich zwischen diesen Wänden abspielt. Behalten Sie das im Hinterkopf. Darf ich reinkommen? Um Gottes Willen, nein. Ich bin sehr heikel, was meine Privatsphäre betrifft. Sie verstehen das bestimmt. Natürlich. Okay, auf Wiedersehen, mein Freund. Ja, nette Begegnung. Niemand zu Hause. Huch. Was ist hier los? Detektiv. Hallo, junger Mann. Du bist erst heute hier eingezogen, nicht wahr? Ja, Sir. Ich habe schon mit deinem Vater gesprochen. Sieht so aus, als wäret ihr gestern Nacht noch in einem anderen Staat gewesen. Scheint zu stimmen, das ist gut. Versuch uns nicht im Weg herumzustehen, okay? Wir müssen ein Verbrechen aufklären. War es Mord? Darüber kann ich nicht sprechen. Ja, bis dann. Darüber kann er natürlich nicht sprechen, das war ja irgendwie klar. Keycard. Okay. Jetzt bin ich im Keller. Mann, ich freue mich schon richtig, das zu verwenden, wenn die Hölle zufriert. Okay, hier stehen einige Sachen rum. Lost and found pretty paint. Okay. Bio-Hazard. Okay. Ich gehe mal weiter. Ein Snack-Automat. Viel köstliches Shunkfood. Ich habe aber gar keinen Hunger. Ach, Mann. Wir haben auch gar kein Geld. Okay. Jetzt sind wir hier in der Wohnung. Wir gehen hier einfach mal rein. Warum auch nicht? Klopfen wird überbewertet. Hey, die haben das gleiche Badezimmer wie wir. Dann gehe ich einfach... Was zum Teufel war das? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was war das? Hallo? Ich gehe da einfach mal hin. Was war das? Also, hier spukt es doch, oder? Erst das in Etage 5, dass da so ein komischer Typ ist. Und dann ist er auf einmal verschwunden. Larrys Raum und Lisas Raum. Da dürfen wir nicht rein. Na ja. Dann gehen wir zu Larry. Ja. Hey, äh, Larry. Deine Mutter meinte, ich solle kommen und Hallo sagen. Ich bin gerade in 402 angezogen. Oh, hey. Komm rein. Tür ist offen. Sehr nett. Wow. Geile Maske. Ist da eine Prothese. Oh. Verdammt. Entschuldige, Mann. Kein Ding. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Also. Hast du sowas wie kein Gesicht drunter? Was ist passiert? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ja, ich würde aber auch gerne wissen, was da passiert ist. Hallo? Sprich darüber. Sprich dich aus, Sally Face. Okay, Teamwechsel. Ich bin Larry. Ich liebe hier unten mit meiner Mutter. Ich bin Saul. Meine Freundinnen nennen mich Sally Face. Ich bin gerade von New Jersey mit meinen... Mit meinen... Vater hierher gezogen. Sally Face? Um ehrlich zu sein, hege ich zweifle daran, dass ich wirklich Freunde hatte. Ja, es hört sich so an. Wie sie angefangen haben, mich so zu nennen, dachte ich mir, dass mich die Vollidioten damit nicht weiter beleidigen können, wenn ich es selbst auch verwende. Du bist ein ziemlich schräger Vogel, nicht wahr, Saul? Du bist kompliziert. Ich mag dich. Wir werden uns super verstehen. Ha! Das hat deine Mutter auch gesagt. Mutter weiß es am besten. Wieso lebst du im Keller? Ich mag dein Hemd. Was ist in 403 passiert? Was ist los mit dem Kerl in 103? Wieso lebst du im Keller? Meine Mutter sagt, das ist, weil wir das Haus vor Ratten beschützen müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diesen Raum im Gegenzug für die Instandhaltung bekommt. Aber das ist ziemlich cool. Das stört mich nicht im geringsten. Ich kann so laut, wie ich will, Musik hören, wenn sie nicht da ist. Cool. Ja, das ist so etwas wie mein eigenes kleines Geheimversteck. Ähm, was ist in 403 passiert? Sch, nicht so laut, Mann. Was? Was ist? Der Mörder ist immer noch im Gebäude. Okay. Woher weiß er das? Ich habe gesehen, wie es passiert ist. Bist du gerade high? Ich wünschte, ich wäre es, Alter. Das war verdammt gruselig. Was ist passiert? Okay, also. Mrs. Sanderson's Toilette war verstopft. Ich war gerade fertig mit dem Reparieren. Als ich hörte, wie er reinstürmte und wie ein Örer brüllte. Ich weiß, was du getan hast. Hermann hat mir alles erzählt. Du blöde Schlampe. Sie versuchte, ihn zu beruhigen, aber bevor sie noch ein Wort sagen konnte, hat er ihr die Kehle aufgeschlitzt. Ich war schockiert, konnte mich nicht bewegen, bin vor Angst erstarrt. Ich habe nur durch den Spalten der Badezimmertür gestarrt. Das ist alles so schnell passiert. Dann hat er auch schon sauber gemacht und ist abgehauen. Ich weiß nicht, wie, aber er hat mich nicht einmal gesehen. Ich habe niemandem da etwas davon erzählt, nicht einmal meiner Mutter, aber die vertraue ich. Okay. Solltest du das nicht der Polizei erzählen? Ja, das sehe ich auch so. Ich habe versucht, mit dem Detektiv zu sprechen, aber er meinte, ich brauche Beweise. Als ob mein Wort nicht reichen würde. Grrrr. Du weißt, wer es getan hat. Ja. Es war definitiv Charley. Das dicke Ekel aus 204. Er hat Handschuhe getragen, also glaube ich nicht, dass da irgendwelche Abdrücke drauf sind. Okay. Aber wenn du das weißt, also... Ich meine, klar braucht man irgendwie Beweise, aber würde die Polizei da trotzdem nicht daher gehen, wenn man der das sagt? Na gut. Was ist los mit dem Kerl in 103? Das ist Mr. Edison. Ihm gehört das Haus. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon jemals außerhalb seines Raumes gesehen habe. Er spricht immer nur durch den Briefschlitz. Er ist ein netter Kerl, nur etwas komisch. Ach ja, wenn du sagst, Edison Tee, bitte und danke, gibt er dir einen Hefel seines berühmten Tees. Ich hasse das Zeug, aber die Erwachsenen fliegen darauf. Okay. Ich mag dein Hemd. Danke. Es steht für Sally Face. Hehe. Ich habe meine eigene Kollektion. Ha. Eigentlich ist das diese Heavy Metal Bands, äh, Sanity Swole. Magst du Heavy Metal? Also ich ja. Sally Face weiß es nicht. Oh, das muss ich ändern. Zieh dir das rein. Ist ihre erste Single. Ein Album erscheint in den nächsten Monaten. Geht gut ab. Mir gefällt's. Oh ja, jetzt wird geheadbankt. Wir machen mal eine Runde mit. Ha. Wie cool. Ja. Das ist also Larry. Und Larry weiß, wer Mrs. Sanderson, wie Headbang immer noch, Mrs. Sanderson umgebracht hat. Er steht auch auf Zombies und Blut und Kreaturen und Heavy Metal. Ein Gemälde? Ich mag deine Bilder. Danke, Mann. Das ist meine große Leidenschaft. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Sind das nicht die Bilder aus meinem Traum? Da ist der Hund. Dann ist da der Baum hier. Da, wo der Hund lag. Und die Trauergemeinde. Okay. Radio. Was ist das da? Das, äh, das ist ein Polizeiscanner. Ich kann bei lokalen Gesprächen von Bullen mithören. Wie zum Teufel bist du zu diesem Ding gekommen? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Aber Moment, du hast mich gerade auf eine großartige Idee gebracht. Wenn ich einen falschen Anruf mache, kann ich sie vielleicht lange genug ablenken, dass du dich in Raum Nummer 403 einschleichen kannst. Das klingt gut. Vielleicht finden wir dort Beweise für den Detektiv. Irgendwas, das sie übersehen haben. Und du hast mich schon für den Einbruch vorgesehen. Naja, ich muss den Anruf hier unten machen. Und ich mache nur Spaß. Ich mache das gerne. Ich wollte ohnehin einen Blick in den Raum werfen. Ja, auf jeden Fall. Super. Also, wie ist der Plan? Ich melde einen Banküberfall mit Geiseln. Das sollte die Bullen von hier wegholen. Ich nehme an, das wird uns ein bisschen Zeit schenken, bis sie feststellen, dass das nicht echt war. Du musst im oberen Stock sein, wenn ich den Anruf mache. Dann gewinnen wir noch mehr Zeit. Wir können meine Funkgeräte benutzen, um in Kontakt zu bleiben. Dann kann ich dich gleich vorwarnen, wenn die Bullen kommen. Hört sich an, als könnte nichts schief gehen. Aber nimm lieber einen bewaffneten Tankstellenüberfall oder einen Überfall auf eine Drogerie statt einem Banküberfall. Das werden sie eher glauben. Hm. Wahrscheinlich hast du recht. Gute Idee, Sally. Hin in das. Geh zu deinem Raum und sag mir, wenn du bereit bist. Drücke den Y-Knopf, um mich anzurufen. Okay. Jetzt haben wir ein Funkgerät. Sehr schön. Also. Ich soll jetzt einmal nach oben rufen wir ihn an. Gut, ich bin jetzt in meinem Zimmer. In Ordnung. Ziehen wir es durch. Ich rufe jetzt an. Warte eine Sekunde. Okay, fertig. Da war ein ganzer, ganz schöner Tumult. Also glaube ich, dass es geklappt hat. Versuch jetzt in 403 reinzukommen. Oh ja, der Polizist ist weg. Oh. Ha. Ja, also die Tür ist aufgebrochen, wie man sieht. Und hier ist ganz schön was los. Die hat ja auch so komische Little Ponies. Da steht ein kaputter Kaffeetisch mit alten Büchern. Sieht es aus, als ob es von Bedeutung wäre. Sieht nach Gerümpel aus. Okay, dann such weiter. Da muss noch was sein. Untersuchung. Mann, das ist ziemlich krank. Erklär es mir. Hier lag wohl Mrs. Sanderson. Und das auf dem Bild da oben ist wohl Mrs. Sanderson mit weiß ich nicht, wie hieß der noch? Hermann? Hier kann ich nicht weiter. Da sind kleine Figuren. Den Fleck im Blut nach zu urteilen sieht es so aus, als würde einem fehlen. Hm. Das ist es. Jetzt weiß ich, wie wir ihn drankriegen. Geh da raus und komm in den Keller. Puh. Das ist echt kranker Scheiß. Sanderson und Charley haben beide diese komischen Spielzeuge gesammelt. Sie waren ganz verrückt danach. Mrs. Sanderson hatte dieses ganz seltene oder sowas. Sie hat mir davon erzählt, wie ich ihre Toilette repariert habe. Ich wette mit dir, dass Charley nicht widerstehen konnte, es zu nehmen. Es würde mich nicht einmal wundern, wenn er sie deshalb kalt gemacht hätte. Der Kerl war mir nie geheuer. Irgendwas beunruhigt mich an ihm, verstehst du? Wow, das ist verrückt. Dieser Typ muss dingfest gemacht werden. Wir können nicht mit einem Mörder in dem selben Haus wohnen. Genau. Deswegen musst du dich in Charleys Raum schleichen und schauen, ob du das Spielzeug findest. Moment, warum muss ich das machen? Ich habe mich schon an 403 geschlichen. Charley kann mich nicht ausstehen. Er würde mich nicht einmal reinlassen. Behauptet, ich hätte Snacks aus seinem Raum gestohlen. Snacks, blöder Fettsack. Okay, okay, ich mache schon, sonst bekomme ich sowieso kein Auge mehr zu. Cool, du bist der beste, Sally. Hier, nimm diesen Sack, so kannst du das Spielzeug reingeben, ohne es zu berühren. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass du das schon mal gemacht hast? Ha, nein, ich sehe nur zu viel schlechte Filme. Okay, also das sollen wir natürlich auch wieder machen. Ich bin gespannt. 200, 204, 203. Ja, auf jeden Fall hat er diese komischen Little Ponies auch. Hatte ich das schon? Ach, das hatte ich schon. Weide dich im Ruhm meiner kompletten Sammlung von Glitter Ponies. Es ist eine großartige Errungenschaft, sie alle zu besitzen. Sieh sie dir ruhig an, aber denke nicht an meinen Traum daran, sie anzufassen. Was ist ein Glitter Pony? Oh oh. Ich glaube, das hätte ich nicht fragen sollen. Meine Güte, Kind, hast du niemals My Glitter Ponies Rainbow Spektakulär gesehen? Das ist die beste Serie, die jemals produziert wurde. Wie kannst du das nicht kennen? Sie hat Drama, Action, Romantik, Comedy, alles was du dir nur wünschen kannst. Und die Ponies, oh die Ponies, erinnere mich bloß nicht daran. Ja. Ich glaube, die Serie kenne ich nicht. Ich muss mal schauen, wo ich die sehen kann. Ja, das musst du. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Okay. Aber ich komme, glaube ich, nicht an die Ponies ran. Ich weiß, die sind so cool, oder? Ja. Ich weiß, die sind, ja, was anderes. Ich habe hier auch keine Option, ich komme da nicht ran. Ich habe die Tüte. So lange er da sitzt, da komme ich gar nicht daran. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, ihn abzulenken oder aus der Wohnung zu bekommen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir ihn da wegkriegen. Schauen wir mal im nächsten Part. Vielleicht muss ich noch mal mit anderen Leuten reden. Wir gucken mal. Ich hoffe, dir hat der Part auch wieder gut gefallen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend und ich bin gespannt, ob wir Charley dingfest machen können und was noch weiter passieren wird. Ich hoffe, du bist im nächsten Part wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Bis dann. Deine Inu Reapie. bei mir. Ich würde mich sehr